Also die Stadt Offenbach hat 130.000 Einwohner. Wir haben in der Stadtverwaltung sieben Verwaltungsgebäude, die mit unterschiedlichen Ämtern bestückt sind und für die Bürger der Stadt Offenbach tätig sind. Wir haben sehr häufige Umzüge. Wir mieten auch hier und da aufgrund des Wachstums der Stadt, wächst quasi auch die Verwaltung. Und dann haben wir überlegt, wie können wir ein Schließanlagensystem so aufbauen, dass wir es einfach und schnellstmöglich administrieren können. Mittlerweile haben wir zusätzlich zu dem Rathaus sechs weitere Objekte, die wir ausstatten durften mit dem Blutschipsystem. Und in dem letzten Objekt, was jetzt angemietet worden ist, hat die Stadt Offenbach letztendlich nicht mehr die Blutschipanlage erweitert, sondern umgeswitcht auf unser jetzt aktuelles System BluSmart. Mittlerweile verwalten wir in den sieben Dienstgebäuden über 3.000 Türen und verwalten so 1.800 Schlüssel. Wir arbeiten einmal mit dem Blutschipsystem und seit 2018 auch mit der BluSmart-Technologie und hatten jetzt hier die Herausforderung, beide Systeme zu matchen. Also im Prinzip von der Verwaltung her eine Verwaltungsoberfläche zu schaffen, wo wir beide Systeme in einer Software verwalten können. Und das haben wir hier realisiert bei der Stadt Offenbach im Rahmen einer Dual-Software. Der BluSmart-Active-Schlüssel ist für uns ein ganz wichtiges Hilfsmittel, weil er ein universelles Werkzeug für uns ist. Wir können dort Programmierung direkt an den Schlüssel übertragen mit Hilfe einer App. Außerdem hat er etliche Funktionen, wie Auslesen von Schlüsselereignissen, Schließzylindern oder auch Poweradapterfunktionen, sprich an Zylindern, die wir vielleicht nicht so oft schließen, technische Räume, können wir auch, wenn die Batterie leer ist, mit dem Schlüssel sofort schließen und können den Raum betreten. Bezogen auf die Nutzung der beiden elektronischen Systeme kann man festhalten, dass die Stadt Offenbach meiner Einschätzung nach zu 95 Prozent bis fast 100 Prozent die beiden Systeme so nutzt, wie sie eigentlich gedacht sind, das heißt im vollen Umfang. Und durch dieses tägliche Aufbuchen der Mitarbeiter, um sich ihre Schließrechte für eine definierte Zeit abzuholen, werden quasi Informationen ausgetauscht und von daher ist dieses virtuelle System für uns eine hervorragende technische Lösung.